Wir stehen jetzt in der Bachstraße. Bachstraße heißt die, weil ganz früher hier ein Bächlein durchgeflossen ist, oberirdisch. Das hat man dann später aber kanalisiert, weil es so gestunken hat. Deswegen kennen die Hofer das bloß als Stinkerler. Aber das existiert jetzt noch. Nur es fließt unter der Straßen durch die Pfarrt durch, unterhalb vom Roten Ross und mündet beim Hallenbad in die Sohle.